Damit hallo und herzlich willkommen zur allerneuesten Folge von All in NFT. Es ist wieder soweit, eine neue Podcast-Sonderfolge steht an und es freut mich umso mehr, euch heute eine Gästin begrüßen lassen zu dürfen, die nicht nur eine besondere Person ist, wie ich finde, sondern heute auch ihren 50. Geburtstag feiert. Ja, jetzt zu diesem Zeitpunkt der Podcast-Aufnahme, also wenn ihr diesen Podcast hört, wo dieser Podcast veröffentlicht wird, wird die liebe Bibi back 50 Jahre jung, sage ich an dieser Stelle und das ist ein Anlass dazu, dass wir sagen, let's go. Wir starten mit Bibis erstem NFT-Projekt, Unique, das eigene neue Fashion-Label von Bibi mit dazugehöriger Genesis-Collection. Was es mit Bibi auf sich hat, was hinter Bibis langer Lebensgeschichte steckt mit Höhen und Tiefen und was es mit dem neuen NFT-Projekt zu tun hat, das durch All in NFT langfristig unterstützt wird, dann verpasst dieses Video nicht, dann hört euch jetzt diesen Podcast an. Ich wünsche euch viel Spaß, viel Spaß mit der heutigen Folge von All in NFT. Wie vorhin vorgestellt, habe ich heute die liebe Bibi back zu Gast. Bibi freut mich, dass wir heute dieses Interview führen, denn wir haben uns vor ein paar Wochen das erste Mal persönlich kennengelernt, das weiß ich, Anna Graf war in Düsseldorf und ihr beide habt euch getroffen tagsüber und dann hat Anna mich den Tag zuvor gefragt, wie sieht es aus, sollen wir abends zusammen essen gehen? Dann warst du noch mit dabei, wir waren abends lecker essen, kann ich nur sagen, es war ein super Abend, Bilder sind schöne Bilder entstanden und daraufhin kam quasi jetzt dieses Projekt, jetzt dieser Podcast auch mit zustande. Und bevor wir dann näher darauf eingehen, stell dich doch ganz kurz mal vor, Bibi, wer sitzt denn jetzt hier bei All in NFT zu Gast? Ja, hallo, also ich freue mich, dass ich hier bin. Vielen Dank für die Einladung. Und wie du schon gesagt hast, es war ja alles sehr spontan, wir kannten uns so vorher nicht. Also ich kannte dich, aber du kanntest mich nicht. Und über Anna Graf, ja, das war quasi wie auf einem Silbertablett serviert, haben wir uns kennengelernt. Und ja, daraus musste irgendwie was werden. Also ich denke, es gibt ja keine Zufälle, von daher bin ich froh, dann jetzt hier zu sein. Und was wir uns so zusammen ausgedacht haben. Ja, also mein Name ist Bibi Beck. Ich habe heute Geburtstag. Happy Birthday an dieser Stelle, genau. Also für alle Zuhörer, wir nehmen den Podcast jetzt aus, eine Woche vorher auf. Aber wenn ihr diesen Podcast hört, Bibi ist heute, auch wenn man es bei einer Dame eigentlich nicht sagt, aber bei dem Geburtsdatum kann man es an dieser Stelle mal sagen, Happy Birthday zum 50. Geburtstag. Und dazu kommen wir auch noch gleich. Deswegen Happy Birthday nochmal an dieser Stelle, auch wenn es Unglück bringt. Ich sage es jetzt so, wenn der Podcast gerade live kommt für die Zuhörer, gerne mal in die Kommentare Happy Birthday schreiben, denke ich, ist ganz witzig. Und Bibi natürlich an dieser Stelle, ja, gerne stelle ich vor. Ja, genau. Ich bin 50 und das ist auch wichtig zu sagen. Also normalerweise rede ich jetzt auch nicht so gerne darüber. Aber ja, wir kommen ja auch später nochmal dazu, weil ich halt auch andere Frauen auch motivieren will. Also so in dem Rahmen von Female Empowerment halt auch mal was Neues zu tun, was Neues zu starten, je nachdem, was so im Leben bei einem passiert ist. Und deswegen bin ich auch froh, heute zu sagen, dass ich 50 geworden bin. und was halt noch so alles drumherum passiert ist. Und ja, ich schaue halt auf eine bewegte Vergangenheit zurück. Ziemlich crazy. Also ich würde mich auch als ziemlich verrückt und manchmal ein bisschen verpeilt selbst beschreiben. Leute, die mich kennen, sagen immer, ja, du hast auch ein Talent, irgendwas zu finden. Also wie so ein Talent, so ein Talent Research, also wo man sagt, oh, du findest immer einzigartige Dinge. Du bist so eine Art Schönmacherin, du willst immer alles schön machen, du brauchst immer viele Farben. Und ja, das habe ich dann auch so ein bisschen zu meinem Beruf gemacht. Ich habe damals, hat sich das Werbeassistentin genannt, in Dortmund studiert. Das würde man heute unter Kommunikationsdesign einstufen. Deswegen habe ich das auch mal so da reingeschrieben. Das gab es irgendwie früher noch nicht. Da gab es ganz wenig noch in dem Bereich. Also ich habe den Abschluss 96 gemacht, muss man sich vorstellen. Das ist schon ewig her. Und ja, und so ist dann halt auch mein Werdegang alles, was sich um Kreativität bewegt. Man hat halt damals im Studium sehr viele breit gefächerte Sachen gelernt. Und so bin ich halt über Promotion und Events, über Merchandising-Artikel, über Grafikdesign, Werbeagenturen, Videomarketing. Alles mögliche habe ich durchgemacht. Und ja, man kann jetzt sagen, okay, worauf ist sie jetzt spezialisiert? Das könnte ich jetzt nicht sagen, aber ich sehe mich schon talentiert in einem kreativen Beruf. Ja, also das kann ich nur bestätigen. Das macht ja auch so ein bisschen diese Kreativität aus, die ja jetzt gerade dieser Web3-Gedenk und dieses Ausleben von neuen Ideen einfach mitbringt. Und ich will es nur sagen, also ich glaube, du bist jetzt der Gast, die Gästin mit dem geilsten Background im Hintergrund, die jetzt bisher hier da war. Aber auch die Kamera, die sich mitbewegt, einfach nice. Also für alle, die sich wundern, das ist eine bewegliche Kamera. Da sehe ich gerade einfach cool und das passt auch einfach zu dir, wie ich dich kennengelernt habe. Also es ist jetzt nicht nur so, dass das gespielt ist, das kann ich sagen, sondern genauso, wie du jetzt hier sitzt und dich gibst, genauso lustig und cool bist du einfach auch drauf als Person. Deswegen freut mich, dass wir da was zusammen angehen und jetzt auch dieses Podcast-Interview durchführen. Du hast gerade gesagt und ich habe ja auch hier ein paar Sachen notiert, dass du keinen geradlinigen Lebenslauf hattest und vor allem auch in der Corona-Zeit ein schweres Schicksalsschläge teilweise hattest. Bevor wir dann wahrscheinlich auch zu NFTs kommen, wo du dann 2021, glaube ich, hinzugekommen bist, erzähl doch mal ganz kurz, was da so bei vielen was bewegt, wie es ja bei mir auch war, was da so für dich wegweisend war. Ja, also mein ganzes Leben beinhaltet immer so Höhen und Tiefen. Also ich bin also schon mein ganzes Leben lang selbstständig, das habe ich halt von zu Hause auch mitbekommen. Und meine Eltern hatten dann immer gesagt, ja, du musst die Firma übernehmen, du musst die Firma übernehmen. Jetzt muss ich dazu sagen, die hatten ein Handelsunternehmen, die waren Handelsvertreter, würde man heute auch nicht mehr so sagen. Aber, und die haben halt Kinderwagen im deutschen Markt eingeführt, also wie zum Beispiel Baby One, Babymarkt beliefert, so und verschiedene Marken im deutschen Raum vertreten. Und das war ja jetzt so gar nicht so meins. Also ich habe das mein ganzes Leben mitbekommen von zu Hause. Meine Eltern haben auch früher schon zu Hause was produziert, also Kindersachen. Dann auch zum Beispiel Maxi Cosi eingeführt. Mein Vater hat den Namen mit kreiert. Also so bin ich damit groß geworden und habe auch die ganzen Brands auch immer mitbesucht. Und dann kamen die dann halt hin, 2016 haben gesagt, ja, du musst halt die Firma übernehmen, willst du nicht? Ich habe immer Nein gesagt, zum Schluss habe ich Ja gesagt. So, und das will ich auch dazu sagen, manchmal macht man halt Dinge, die man weiß, dass sie nicht gut sind, aber man macht sie doch. So, und deswegen spreche ich das auch an, weil es ist ja auch nichts Schlimmes, das zu tun, weil im Endeffekt lernt man ja daraus. Also ich habe wieder viele Sachen gelernt. Ich habe dann, wie gesagt, Ja gesagt, habe auch viel investiert und habe dann so ein riesen Importunternehmen draus gemacht. Ich habe dann auch Deutschland, Österreich, Schweiz bedient. Also ich habe dann containerweise importiert und dann verschiedene Brands hier also im Dachgebiet betreut. Und dann ist man halt auch eine Person. Ich bin halt Marketing, ich bin Sales, ich bin Buchhaltung. Ich hatte auch Mitarbeiter, klar, aber im Endeffekt ist man alles. Und da ist aber wirklich der Fokus auf Sales. Und ich bin halt jetzt ein kreativer Typ. Und klar, ich habe mich auch da reingearbeitet, das auch nochmal zu einem Thema. Man kann wirklich alles lernen, wenn man möchte. Aber es ist halt nicht die Leidenschaft. Und ich habe das auch, glaube ich, ganz gut gemacht, muss ich sagen. Nur man gibt sich halt hin für andere Brands. Also man gibt alles, das ganze Herzblut. Also so ist auch mein Typ. Ich gebe dann immer alles da rein und denke mal, das ist meine Marke. So habe ich das auch gemacht. Und es ist aber manchmal undenkbar. Da habe ich gedacht, das könnte ich eigentlich auch lieber für meine eigene Brand mal machen. Also das Ganze, was man so reingibt. Nichtsdestotrotz ist es dann, wann war das, neun? 18, 19, 18 ist, glaube ich, Corona. Ja, 18 war auf einmal die ganze Lieferkette unterbrochen. Wir hatten ja wirklich vieles aus China importiert, muss man sagen. Und ja, auf einmal kamen da keine Container mehr. Die Container standen ja Schlange. Und da gab es drei bis vier Monate keine Lieferung. Und ich als Jungunternehmen konnte ich das einfach überhaupt gar nicht mehr abfangen. Das war einfach zu viel, weil ich ein halbes Jahr keine Ware hatte. Und es war eigentlich eine gute Zeit. Ich hatte wirklich so viel investiert, um jetzt den Markt zu öffnen. Und es war eigentlich eine gute Zeit. So, jetzt konnte man irgendwie verkaufen. Und dann gab es die Ware nicht. Ja, und letztendlich musste ich dann den Laden nicht machen. Also es ging einfach nicht. Ich habe echt bis zum Schluss gekämpft. Aber es ging nicht. Und ich konnte auch den Mitarbeiter nicht halten. Ja, und dann muss man halt. Also mit vielen Beratern gesprochen. Die haben gesagt, du kriegst das nicht hin. Du kriegst das nicht hin. Ja, und dann war Ende. Ja, dann war Ende. Und da sind wir beide ja auch Personen und auch vor allem ich, wenn sich die eine Tür schließt, dann öffnet sich die andere und niemals aufgeben. Und das zeigt ja auch so irgendwie deinen ganzen Lebenslauf, deinen ganzen Lebensweg und Werdegang, wie du es ja gerade echt, ja, also wirklich toll dargestellt hast, auch wenn es negative Ereignisse sind. Aber das ist dann vielleicht auch ein Grund, warum wir jetzt ja heute zusammensitzen, was daraus gekommen ist. Weil du hast dich dann 2021, glaube ich, war es, hast du dann das erste Mal auch von NFTs gehört. Corona auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt noch aktiv. Und danach ging es ja so weiter. Also das ist ja auch bei mir so gewesen. Ich habe davon gehört, habe mich damit befasst. Und wenn man sich einmal damit befasst, dann ist man gerade von dieser Technologie und auch von der Faszination, wenn man da für sich was entdeckt, was jetzt bei dir im Fashion-Bereich ist, glaube ich auch, ja, brennt dann dafür, weil man da was Neues sieht. Und da kannst du ja gerne mal so erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass du dann 2021 auf NFTs aufmerksam geworden bist, wie das so war und wie dein Einstieg dann auch in die NFT-Welt gewesen ist. Ja, also wie du sagst, das war erst mal so ein Riesenschock. Also ich sage auch nicht, dass das total schlimm war. Also man hat ja wirklich, man kriegt echt so ein Bug vom Kopf und denkt so, Mist, was machst du jetzt? Du hast jetzt alles da in diese Firma investiert. Du hast gar nichts mehr. Du wirst bald 50. Und jetzt hast du alles verloren. Und jetzt sitzt du auf der Straße. Und man weiß ja, wie das ist. Also ich glaube, viele können das nachempfinden. Es gibt ja auch mehrere in Corona-Zeiten, die vielleicht so ein ähnliches Schicksal hatten, die was verloren haben, wo man erst mal sagt, oh Gott, wie mache ich jetzt weiter? Und im Endeffekt ist es ja, ich hatte auch viele Freunde, die mich auch unterstützt haben. Auch Familie, mein Vater zum Beispiel, meine Mutter war dann nicht mehr da. Die ist in 2018 gestorben. Die dann gesagt haben, ja, weitermachen. Einfach weitermachen. Und im Endeffekt ist es ja, passiert es im Kopf. Und das ist ja wirklich so, du musst dich im Kopf wirklich wieder jeden Tag aufstehen, motivieren, ja, komm, weitermachen. Was hast du gelernt? Was kannst du? Was sind deine Talente? Worauf hast du Lust? Also das ist ja ganz wichtig, auch das neue Motto, was ich mir auch wieder jeden Tag vorgehalten habe, ist ja, do what you love. Also mach doch einfach das, was dir Spaß macht. Du hast jetzt vier Jahre das gemacht, was andere wollten, was dir nicht so einen Spaß gemacht hat. Dann konzentrier dich doch auf das, was dir Spaß macht. Und klar, dann habe ich meine Talente wieder rausgeholt, habe natürlich wieder alte Kontakte mobilisiert und habe halt wieder im Kommunikationsdesign angefangen. Webdesign, User-Interface, also hauptsächlich das Design gemacht oder auch Logos, Broschüren, alles Mögliche, was damit zu tun hat. Und habe dann gedacht, jo, jetzt ist eigentlich der Moment, jetzt könntest du ja mal dein eigenes Fashion-Label machen. Hast du schon 20 Jahre im Hinterkopf, hast du in der Schublade, habe ich dann in der Schublade gehabt. Den Namen hatte ich auch schon länger, mir patentieren lassen. Wie war der Name? Wie ist der Name? Der Name ist Unique. Ah, okay, deswegen auch im Hintergrund. Ja, genau. Okay, wie kommen wir... Ich schreibe es mal gerade auf. Pass auf. Das ist ja jetzt Unique, wie du es kennst, vom Emission. Heißt einzigartig. So, einzigartig. Und die Deutschen würden jetzt sagen, Unique mit J davor. Ja, 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 klar. Ja, die Engländer, Amerikaner verstehen das nicht. Die denken immer, Unique, Unique, but what is it? Ja. Aber die Deutschen sagen ja, also von Unique, einzigartig mit J davor. Okay, gut. So kommt quasi der Name zustande. Genau, also was einzigartiges. Genau, das hatte ich halt immer im Hinterkopf. Und ja, ich hatte kein Geld. Also jetzt mal eben ein Fashion-Label machen. Also viele, die hier zuhören oder sagen, Fashion-Label, ja, genau. Wie willst du das machen? Also ich habe ja in meiner Vergangenheit auch Merchandising-Klamotten produziert. Ich war oft in China. Ich war in Bangladesch produziert. Und genau das eben wollte ich ja nicht mehr machen. Also das war es. Ich will nicht mehr woanders produzieren, weil dieser ganze Irrsinn, das ist ja mir in Corona auch klar geworden, dieses Hin- und Herschiffen von Dingen und Materialien, ist ja total bekloppt. Über was für ein Kapital hätten wir denn da gesprochen, was du gebraucht hättest oder was du brauchst, um damit anzufangen? Ich hätte schon mal 1.000 Euro gebraucht und ich hatte aber wirklich nicht. Also allein, wenn du mal Stoff einkaufst, so, dann kaufst du schon mal 500.000 Euro Stoff und da hast du ja nur ein paar Meterchen. Also so, und die meisten machen ja immer drei, vier Kollektionen, um das wieder zu korrigieren. Dann wird das wieder hingeschickt. Dann musst du nochmal, nochmal ein Prototyp machen und die ganzen Materialien. Also ich erkläre das ja nachher nochmal, was da alles drauf ist. Das war am Anfang einfach nicht möglich. Und ich habe dann immer, ich habe auch einen teuren Geschmack, muss ich sagen, immer, was ich mir ausgesucht habe, war halt auch immer teuer. Und dann habe ich gesagt, ja, nee, dann wartest du jetzt und du machst das immer so, immer, wenn du was hast, machst du weiter. Ja, und dann hatte ich irgendwie diesen, dann hatte mir eine Freundin gesagt, ja, hast du schon mal den Gary Vee gehört? Der ist so ein Marketing-Experte, musst du doch eigentlich kennen. Ich so, nee, warte mal, google dich mal auf Insta. Und dann bin ich dem gefolgt und denke immer, ja, total cool. Und der war wirklich mein Motivator. Also ich habe den mir jeden Tag reingezogen und der hat auch, ja, auch heute noch, der motiviert auch, es gibt kein Alter bei dem. Er sagt doch, ja, dann mach es einfach. Ja. Und nicht nur er, sondern, also sind die Amerikaner ja wirklich speziell, ne? Get the shit done, mach es. Also, auf jeden Fall, ne? Also das habe ich jetzt, wie gesagt, ich ist bei mir jetzt ja gerade her, dass ich vor zwei Wochen von der Vicon wieder gekommen bin, ne, mit Gary Vee. Und das ist schon brutal, muss ich ehrlicherweise sagen, ne? Also, äh, ich habe mir nach der Abschlussrede angeschaut, einfach wie Gary, ähm, gar nicht so die Abschlussrede an sich darauf geachtet, was er sagt, sondern ich habe darauf geachtet, wie die Leute darauf reagieren, wie er da steht und wie er sich gibt, so, ne? Und das kann man nicht beschreiben, wenn man das nicht selber erlebt. Äh, das ist, äh, Motivation, ähm, Marketing, ähm, Spirit von, von allerhöchsten Niveau. Oder sowas habe ich noch nicht gefühlt, noch nicht gesehen, äh, das ist, äh, Next Level, ne? Also das ist wirklich krass, muss man sagen. Und das motiviert mich auch oder versuche ich auch mittlerweile täglich, äh, mir sowas anzuschauen, zu verinnerlichen, weil ich glaube, dass das, wie du es gerade schon sagst, einem auch helfen kann. Ja, also in allen Bereichen, ne? Bist du, bist du, bin ich zu alt, was Neues zu machen? Äh, oder bin ich zu jung? Oder, äh, hast du kein Geld? Oder, ja, oder hab Angst, ne? Das war, das war an dem Tag dann, Gary hat sehr viel über Angst gesprochen, auch eine Ängste zu überwinden. Jeder Mensch hat Angst, ne? Aber diese Angst zu überwinden, ne? Angst kann auch von Vorteil sein, ne? Angst kann uns zu Sachen bringen, die, die, die wir, die wir gar nicht wissen, ne? Das kann, muss nicht immer negativ sein, aber wenn wir diese Angst dann überwinden, diese Erfahrung gemacht haben, ne? Dann, dann geht es, dann kann man das auch positiv mitnehmen, ne? Und das ist schon, wie du es sagst, äh, das, das, äh, kann ich auch nur empfehlen, äh, wer das mal noch nicht gemacht hat, äh, auch jetzt mal Gary, wie sich anhören und gibt aber auch im Deutschsprachigen, äh, da genug Leute, ähm, die, die, die man, äh, dem man, ähm, ja, folgen kann in dem Sinne und positive Vibes mitbringen kann und wie du es schon so schön vorhin sagtest, ähm, alles wird im Kopf entschieden und wenn der Kopf bereit ist für was Neues, ähm, dann, dann ist man auch bereit und, äh, ja, deswegen, also, danke auf jeden Fall für deinen Take dazu, mal so ein bisschen off-topic jetzt davon. Ja, also in dem Fall war das halt mein Motivator, natürlich, das gibt natürlich viele andere, aber man, dann sollte man sich auch, ne, dann hingehend auch jemanden suchen, den man vielleicht dann braucht gerade, ne, also man muss sich auch mit Leuten umgeben, die einen positiv liften, ähm, weil man braucht dann keinen, der einen noch weiter runterzieht, ne, so ungefähr, ja, wirst du es auch nicht schaffen, oh Gott, du Arme, also diese Opferhaltung, ne, das braucht man dann nicht und in dem Fall war es halt Gary, wie, und, ähm, und dann hatte der halt, dann habe ich mir öfter so Storys angeguckt und dann habe ich den aber wirklich nicht verstanden, dann habe ich dem gedacht, wovon redet der die ganze Zeit, ne, von NFTs und ich habe wirklich, dachte, ja, okay, mein Englisch ist jetzt auch nicht so schlecht, ja, der redet schnell, aber ich habe echt, habe nicht folgen können und dann habe ich gedacht, okay, du bist auch gut in Marketing, du kennst dich aus in Werbung, wovon redet der die ganze Zeit, ne, ja, und dann hat mich das halt nicht losgelassen, dann habe ich gedacht, ja, komm, dann musst du dir jetzt mal, jetzt musst du dir das durchlesen, wovon der die ganze Zeit redet und dann habe ich damals dann meinem Freund gesagt, ja, also, diese NFTs, ich brauche jetzt auch so ein NFT, der sagt mir, was ist das denn, ich wäre so ein non-fungibler Token, ne, er so, was ist das, ne, ich so, ja, das ist total cool, ne, ich brauche jetzt sowas und, ähm, dann habe ich gelesen, Kings of Lean, ähm, Music NFT, und dann wurde das total gehypt, das war 2021, so früh herum und ich sage, ich brauche das, ich weiß nicht, wie es geht, aber ich brauche es, keine Ahnung was, ne, und dann bin ich dann auch da, ich total bläugig da rein, ich hatte keine Metamask, ich hatte auch nichts, ich wusste gar nichts, ne, und dann, ähm, sagt die, ja, hier, Gasgebühren, da habe ich mich doch voll aufgeregt, ich so, was für Gasgebühren, jetzt sind die auch nochmal genauso teuer wie das Ding, 60 Dollar soll ich für die Platte, 60 Dollar Gasgebühren, dann hat es nicht gereicht, ich habe das mit Kreditkarte damals, glaube ich, bezahlt, dann hat das nicht gereicht, musste ich nochmal bezahlen, super aufgeregt, und mein Freund, so, ja, und hast du es jetzt? Ich so, ja, jetzt habe ich es endlich, ich glaube, ich habe 150 Dollar ausgegeben, und er so, ja, und was hast du jetzt davon? Ich so, ja, weiß ich noch nicht, aber ich habe, und es war ein gutes Gefühl, ich war so, ey, ich bin einer der Ersten, ich habe was total Cooles irgendwie so, ne, ich war super, mega stolz, ja, und dann habe ich mich da halt so reingelesen, und dann habe ich mich auch umgehört, und dann hatte ich zuerst so ein Mentoring, wollte ich da machen, war zu teuer, konnte ich mir nicht leisten, und dann dachte, und ja, dann war ich dann, bin ich dann so auf Twitter gelandet, und mehreren Spaces, und habe dann mich auch mal getraut, eigene Spaces zu machen, ne, und dann meinten die Amerikaner, ne, auf gar keinen Fall, machst du jetzt die Mentoring, wir bringen dir das bei, und frag uns doch, frag doch den ganzen Space, ne, und ich so, boah, ist das cool, die sind alle total nett, nicht, also alles ist so, ja, wir helfen uns untereinander, also, keiner wusste ja auch genau, wo die Reise hingeht, mit dieser Technologie, aber, ähm, sich damit zu beschäftigen, fand ich halt unheimlich wichtig, weil ich damit also einige Potenziale gesehen habe, und dachte so, weißt du was, also Web 2.0 habe ich nicht so beachtet, wie Web 3.0 jetzt, den Fehler mache ich nicht nochmal, habe ich gesagt, damals war das im Studium, ne, und ich nur so, ja, mach mal Internetseiten machen, und so, habe ich gesagt, weißt du was, jetzt, dem Wissen von damals, mache ich den Fehler nicht nochmal, und habe mich da echt reingehangen, und, ähm, ja, und so bin ich dann in verschiedene Communities gekommen, ähm, unter anderem hier, The Hug von Randy Zuckerberg, die hatte ich auch vorher schon beobachtet, und dann, zack, hat die, ähm, The Hug gegründet, ne, und hat er mal eben, klar, die hat jetzt gute Kontakte, aber mal eben aus dem Boden, so eine, so eine Plattform da für Künstler rausgestampft, und macht sich so für Inclusiveverse groß, und auch für Frauen, dachte ich total, die ist echt cool drauf, fand ich gut, und dann hatte ich mich da beworben, da war da echt auch fast keine Deutsche dabei, bin ich direkt genommen worden, und somit gehöre ich da auch mit zu diesen OGs bei denen, und war dann am Anfang so als Curator dabei, und hab halt verschiedene Projekte kuratiert, natürlich mit anderen, mit anderen 2000 Frauen, äh, hab ich jetzt nicht alleine gemacht, aber die hatten so im Prinzip, ähm, da ausgeklügelt, dass wir die Projekte halt vorkuratieren, damit das halt später für andere einfacher ist, ne, dass du auf die Künstlerplattform kommst, und gucken kannst, wenn du dich nicht auskennst, ist das was für mich, oder ist das was nicht für mich, und das fand ich toll, und bin ich bis heute beigeblieben, und die machen ganz tolle Sachen, und man kann sich von, auch von Amerikanern immer sehr viel abschauen, weil, wie präzise, wie präzise die das machen, oder wie die das einhalten, wenn die sagen, ja, wir machen jetzt hier so ein Laboratory, hab ich mich angemeldet, die sind immer on point, wenn du ein Zoom-Meeting machst, die sind immer eine Stunde, eine Stunde fertig, ne, also die sind toll, und, und manchmal musst du da auch über deinen Schatten springen, ich hab so oft Zoom-Meetings mitgemacht, hab dann mein Projekt gepitcht, einfach so, weil, um das zu üben, dann machst du es ja auf Englisch, und dann kriegst du so Feedback, auch von Frauen, die es noch nie gehört haben, das fand ich unheimlich wichtig, und ich war so aufgeregt immer, ich denk so, Gott, jetzt auf Englisch auch noch zu sagen, und die waren immer so nett, also klar, es ist manchmal sehr überschwänglich, aber, die müssten es ja jetzt auch nicht sagen, dass sie ein Projekt gut finden oder nicht, und das war auch ein gutes Feedback für mich, weiterzumachen. Ja, das ist ja dann auch so ein Übergang, du hast jetzt deinen Einstieg zu den NFTs erklärt, um da jetzt so in der Timeline weiterzumachen, was befinden sich denn danach, oder wie hat sich denn deine Sammlung dann so weiterentwickelt, also wir haben ja hier diese Community-Fragen in diesem Podcast, What's in your wallet, was für schöne NFTs haben sich denn, jetzt haben wir ja gerade King of Lean gehört, noch so im Laufe der Zeit bei dir in der Wallet so angesammelt? Ja, leider habe ich ja den Board-Abiac-Club verpasst, weil ich dann kurzzeitig ausgestiegen bin, das war ja genau in dem, also nach diesem 21 früher, war ich dann kurz weg, das war ja dann im Frühsommer, war das, habe ich leider nicht mitbekommen, aber egal, Anna Graf hatte ja gesagt, das sind ja eh nur Typen, das sind ja Affen, also Affen, haben wir gesagt, so egal, diese Affen wollen wir jetzt eh nicht haben, es gibt ja auch noch andere, was für Frauen, ja stimmt, ja dann hatte ich dann dieses Woman Rise mir geholt, ich hatte mir jetzt auch noch mal kurz aufgeschrieben, wir hatten maliha Abidi, genau, fand ich auch ganz tolle Künstlerin, die sich auch für Frauenrechte und Frauen einsetzt, auf der ganzen Welt, fand ich das Konzept sehr toll, musste ich haben, und dann habe ich aber da auch mal den ersten Verkauf mitgemacht, also ich habe es dann verkauft und war auch mal so überglücklich, dass ich dann noch in dieser Hype-Phase auch so relativ viel dafür bekommen habe, und das war dann auch mal so ein Glücksgefühl, also die anderen mussten jetzt auch sagen, ja, du kannst jetzt nicht immer alles behalten, du kannst ja auch mal was verkaufen, musst dich ja nicht schlecht fühlen, also ich hatte am Anfang jetzt nicht, wie andere sagen, jetzt so Seneca oder so, hier musst du mal drei haben, das hatte ich am Anfang noch nicht, also hast du mal eins gehabt, und dann sagst, ja, hast du das jetzt weggegeben, ja gut, muss das mal, ich will das jetzt auch mal verkaufen und so partizipieren, wie Friend habe ich leider auch nicht, da hatte ich so kein Geld, das war, ich hätte es münden können, ich hatte aber kein Geld, habe ich leider dann, ja, musste ich schmerzlich davor sitzen und es mitbeobachten, und habe gedacht, ja, egal, irgendwann wirst du es auch mal so klappen, dann fand ich Pop-Up Cats total cool und süß, und Matt Chesko, den Künstler, ich fand das auch toll, wie er sich auch von seinem Beruf getrennt hat und dann Künstler, also Vollblutkünstler, sich für Vollblutkünstler entschieden hat, dann The Fabricant, eines meiner Liebsten, ich war auch mal in Amsterdam, ich habe auch hier Carrie Murphy mal selber interviewt, hat dann einfach hier so Mikrofon mit, habe den interviewt, genau, warum war im Space, habe ich mal so eine Video-Challenge mitgemacht, mit von Michael Stempleski, der hat irgendwie, weiß ich nicht, zwölf Millionen Follower auf TikTok oder so, mega, dann hat sie ja gesagt, liebe Leute, ihr müsst irgendwie mal euren Content raushauen, und dann bin ich da in diesen Discord gekommen, und der hatte dann so eine Video-Challenge für 30 Tage, jeden Tag ein Video, auf vier Kanälen posten, und ich so, boah, das machst du jetzt mal mit, und das war auch total gut, weil über den einen Schatten springen, ich bin ja manchmal so ein Perfektionist, und dann denkst du zu lange nach, soll ich das jetzt posten, oh, du siehst nicht gut aus, nee, das ist so da und da, ich bin ja immer so stundenlang hin und her schieben, Sachen, ne? Ja, das kenne ich, als wir die Fotos zusammen gemacht haben, beim Essen. Genau, und dann hat er gesagt, mach's doch einfach, und dann hat ja Gary gesagt, mach's doch, in einer Stunde weißt du schon gar nicht mehr, dass du das gepostet hast, guckt ja keiner, keine, keine Sau mehr drauf, würde ich sagen, guckt ja keiner mehr drauf, ja, das war für mich eine gute Übung, dann habe ich das gemacht, bin aber, ich habe das, glaube ich, zwei Monate durchgezogen, habe auch echt jeden Tag ein Videocontent gemacht und geschnitten und gemacht, getan, habe das dann aber leider nicht bis zum Ende durchgezogen, aber ich habe mich dann auch gefragt, ja gut, willst du jetzt Videocreator werden, willst du Content Creator werden, oder willst du auch irgendwann mal dein Taschenprojekt machen, und naja, dann habe ich mich darauf konzentriert, aber es war eine gute Übung und da habe ich auch wieder viele Leute kennengelernt und ja, dann sind wir ja auch bei deinem Fabricant-Thema, ne? Genau, das ist nämlich auch so ein Phänomen, ich hatte darüber einen Artikel in der Welt gelesen und das ist ja auch schon zwei, drei Jahre her und da haben die auch über digitale Mode gesprochen, ne? Und dass du zum Beispiel digitale Mode kaufen kannst und gerade so für Influencer, dann kannst du dir einfach nur die digitale Mode anziehen, auch die Schuhe und alles und brauchst du es nicht mehr in physisch haben. Und ich dachte, hä, wieso, hä? Da habe ich auch wieder so gedacht, gerätselt und ich habe wirklich zwei, dreimal den Artikel gelesen, ich dachte, bist du jetzt so doof, den zu verstehen, aber es war schon schwierig. Und dann irgendwann, wo ich jetzt so ein bisschen länger dabei war in dem Thema, habe ich gedacht, The Fabricant, das ist der, ein Begriff, ist hier hängen geblieben, jetzt googelst du mal nach denen, beziehungsweise jetzt guckst du mal in Twitter, ob du die findest. Habe ich die gefunden und war auch relativ am Anfang dabei und die sind ja auch so nett, also es ist ja so ein junges Team und wie gesagt, ich bin einmal zu so einem Breakfast nach Amsterdam gefahren und dann hat man auch mal die Leute dahinter gesehen und das ist ganz toll, immer wenn man jetzt irgendwie mal chattet oder in so einem Meeting ist und du sagst dann irgendwie, ja hier ist Bibi, ah, hallo Bibi und so cool, du bist wieder da, dann fühlt man sich irgendwie wie so eine Family. Das finde ich eigentlich ganz toll und was ich sagen wollte, ist, dass ich die Idee von dem Carrie Murphy auch echt gut finde, weil ja viele sagen, ja wie soll das jetzt nachhaltiger werden, wo der auch sagt, ja also erstens kann ich nicht die physische Mode mit der Digitalmode, soll man jetzt nicht so vergleichen, vergleichen, aber man könnte doch auch das Bewusstsein entschärfen, so in Zukunft oder sagt, brauche ich jetzt so viele Klamotten, also gerade diese Fast Fashion kann man ja reduzieren, soll ich nicht mehr Teile holen, die vielleicht nachhaltig produziert sind, die länger halten, wenn ich jetzt was im Physischen habe, ah, und wenn man jetzt aber auf der anderen Seite sieht, diese ganzen Fashion-Kollektionen, die ja durch die ganze Welt geschickt werden, nur dass die Einkäufer die gucken können und ordern können für die großen Häuser, sagt er, wenn du das doch im Metaverse machst und machst da ein Showroom und da können die ganzen Einkäufer hin, das ist doch super, dann musst du das Ganze nicht zigmal um die Welt schicken, das ist ähnlich wie mit der Kunst, ja, wo ich sage, das macht doch wirklich Sinn und ist auch toll und ist auch ein Erlebnis, also jeder, der mal im Metaverse war, wird auch sagen, also je besser die Technologie wird, umso erlebnisreicher wird das auch. Ja, auf jeden Fall, also es wird noch ein bisschen dauern, bis das Ganze so sein wird, dass man sagen kann, es fühlt sich wirklich so an, dass man sich hundertprozentig wohlfühlt, aber die Anfänge, die wir jetzt schon sehen, die zeigen einfach das Potenzial und selbst wenn es gerade die Nachfrage oder die Zahlen nicht so hoch sind, dass wir sagen, das ist gerade irgendwie so ansatzweise greifbar, wird sich das langfristig auch durchsetzen und das ist ja möglicherweise auch ein Thema beziehungsweise also es ist ja nicht so, dass du quasi dich selber nur in dem Sinne recherchierst und in diesen Community bist, sondern du bist ja auch beim Philipp, beim Philipp Sandner, den ich jetzt auch hier zuletzt schon zu Gast hatte in dem Frankfurt School of Business NFT Programm. Wie bist du dazu gekommen und was hat es damit auf sich? Ja, ich wollte die ganze Zeit was lernen dazu und du kannst dir ja nicht vorstellen, wie schwer das war, was zu finden. Also alle haben gesagt, boah, Web3 ist so toll und das wären die Arbeitsplätze und da habe ich gedacht, ja und wer lernt das? Wo kannst du es lernen? Also außer jetzt eigene Research zu machen. Das müssen ja auch so fundierte Sachen sein und dachte ich, der Markt wird so groß, aber die Leute dann nachher zu bekommen, die das auch umsetzen, ist ja, dafür muss es ja auch irgendwie Stellen geben, um das irgendwie zu lernen. Ja und dann bin ich natürlich in der ganzen Welt, habe ich natürlich rumgesourced und bin aber nachher auf die Frankfurt Business Blockchain School gekommen, die ja irre aufgestellt sind, die auch eine Connection in die Schweiz haben und die haben ja ein ganz tolles Programm, also erstens für Frauen, da überlege ich auch, ob ich mich jetzt noch mal bewerbe für das. Ja, hatte der Philipp hier auch vorgestellt, also wenn ich das andere möchte, gerne kann ich den Podcast dazu noch mit Prof. Dr. Philipp Sandner empfehlen, da hatte er das auch erwähnt, dass es da so ein spezielles Frauenprogramm auch in Zukunft geben wird. Genau, um auch die Frauen zu motivieren, weil da hat man auch viele Chancen in den Beruf auf Fuß zu fassen, egal auf welches Alter, genau. Und dann kam aber dieses, beziehungsweise schon war jetzt zweite Kohort, schon NFT Talent Programm raus und dann dachte ich, oh yes, that's mine. Ich war so Feuer und Flamme und habe mich dann letztes Jahr beworben, das war im Winter und man konnte dann Ende Dezember, Anfang Januar, war ich dann so froh, dass ich genommen worden bin, also ich glaube so um die 900 Bewerbungen kriegen die und 200 werden genommen und ja, da hat man ein sehr großes internationales Netzwerk, also irre, was da für Leute sind, also von der ganzen Welt. Man kann sich halt sehr gut vernetzen, man muss natürlich seinen eigenen Input reingeben, man muss sehr viel eigenen Research betreiben, man kriegt Hausaufgaben auf und in jedem, also in welchem Umfang du das betreiben willst, ist dir überlassen, aber je mehr du dir anguckst, je mehr du lernst und je mehr du recherchierst, desto mehr Wissen nimmst du mit und es ist halt ja überall, egal was du machst, in jedem Job, du musst halt dein eigenes Ding draus machen und ja, und da hatten wir dann ja auch ein Interview, Hausaufgabe und da habe ich Anna Graf auch interviewt und also ich kann das, kann das Programm nur empfehlen, also ich habe eine Menge mitgenommen und gelernt, kann ich nur empfehlen. Ja, ja und da kommen wir ja so langsam zu dem, wie sich der Kreis so schließt, ich bin ja auch quasi in einem Interviewgast gewesen bei einem Partner beziehungsweise auch einem, der das Programm mitgemacht hat, das war jetzt irgendwie vor ein paar Wochen und so und da wurde das ja dann auch gegenseitig vorgestellt und ja, und so kam es dann dazu, dass du dann danach dich mit Anna dann privat getroffen hast und da bin ich dann nachher auch nochmal dazugekommen, wie gesagt, da hatten wir ja am Anfang drüber geredet, das schöne Essen mit schönen Bildern und da hast du mir quasi dein Projekt, was du halt hast, vorgestellt und da haben wir dann eine Stunde, zwei drüber gequatscht und uns ausgetauscht und genauso, wie du es erzählt hast, genauso faszinierend hat mich das gepackt und du gesagt hast, ey, das kommt demnächst und da ich dann gesagt habe, ey, lass uns das doch zusammen machen, Bibi, ich bin davon überzeugt und mich interessiert das und ich glaube, dass das langfristig wirklich ein sehr, sehr geiles Projekt ist, ist das der Grund, warum wir jetzt zu diesem, ja, zu diesem Podcast gekommen sind und jetzt quasi sagen können, dass das Projekt jetzt zusammen mit uns, mit Ollen NFT auf die Bahn kommt und wir sozusagen ab heute einen, ja, 555-stündigen Countdown starten, aber ich würde sagen, wir fangen ganz von vorne an, was ist es für ein NFT-Projekt? Ja, ich muss nochmal dazu sagen, danke, dass dir das auch so gut gefallen hat, weil, ich meine, wir kannten uns vorher nicht und es ist was anderes von jemandem zu hören, der das nicht kennt, das Projekt, als jetzt von Freunden, ne, die dir vielleicht auch, so gut gemacht und so, ne, und deswegen war ich auch sehr, so ging ich total positiv aus diesem Gespräch und, ja, was ist das? Also, ich hatte ja eben schon mal angedeutet, dass das Label heißt Unique, kommt von Einzigartigkeit und im Großen und Ganzen ist es ein Fashion-Label und das sich auf einzigartige Produkte spezialisiert hat. das heißt, jedes Produkt ist einzigartig, ein One-of-One, wenn man so sagen will, im Space und, ja, mein erstes Projekt, wie gesagt, das, ich musste das ein bisschen Finanz-Budget abhängig machen, habe dann gesagt, was machst du denn jetzt? und ich wollte schon Ewigkeit eine Tasche machen, also jetzt ist das eine Damen-Tasche geworden, also eine Fashion-Bag und habe dann gesagt, ich mache jetzt eine Tasche und das, ich mache das jetzt eine digitale Tasche sozusagen, ich habe mich auf Web3, meine Zielgruppe Web3, Frauen im Web3 und habe dann gesagt, und dann haben die anderen schon gesagt, ja weh, das ist doch jetzt echt ein bisschen zu nischig, ich so, nee, das finde ich irgendwie total cool, das heißt, du kannst das NFT kaufen digital und kriegst halt eine physische Tasche, ne, und bis ich da hingekommen bin, musste man natürlich, ja, viel probieren, ich habe das immer nebenbei gemacht und immer wenn ich Geld hatte, habe ich das reingesteckt, das heißt, mein erstes Projekt ist auch aus, aus Denim, also aus Jeansstoff und was ich dazu sagen will, was mir sehr wichtig ist, ist die Nachhaltigkeit und dass es lokal produziert ist, hatte ich ja eben gesagt, ich will das nicht mehr fern aus, das heißt, es ist wirklich schwierig, wenn man irgendwas sucht, kommt direkt immer Alibaba oder sonst irgendwas, ne, um die Sachen mal hier so lokal, also Deutschland oder Europa zu sourcen und da war es mir wichtig, die Materialien, alle die Materialien, die ich verwende, dass die von Unternehmen sind, die auch einen nachhaltigen Blick auf die Dinge haben, ich kann nicht eine Tasche 100% nachhaltig machen, aber mit dem Fokus Nachhaltigkeit, total wichtig. Ich habe also sehr viel Wert auf den Stoff gelegt, heißt zum Beispiel ein Garn gewebter Denimstoff aus Italien oder 100% Hanf, also so wie die Worker, hier so eine Worker-Jeans, die man früher hatte, die total robust ist, sehr schwere Grammatur auch, also fast an 500 Gramm und dann halt Reißverschluss von so einer echt total netten Manufaktur aus Italien, die auch jetzt mich anrufen, also die mich ja mit kleinem Stück teilen, also wirklich supported haben und die jetzt sagen, nee, wenn du das launch, wir teilen das auf unserem Instagram sogar und ich möchte auch nachher auf meiner Website auch alle Gewerke, die ich benutzt habe, transparent darstellen, weil mir das wichtig ist, zu sagen, okay, hier habe ich die Farben benutzt, die legen auch Wert auf Wasserbasis zum Beispiel, die Zipper, also die Reißverschlüsse, die haben auch einen eigenen Biowald, wo die halt investieren oder mit recycelten Materialien. Der Stoff, das ist ja auch manchmal so ein Ding, ich kaufe dann irgendwie ein paar Meter und dann ist der halt nachher aus, also das ist ja auch schon eine Einzigartigkeit und deswegen ist halt jede Tasche in dem Falle ein Einzelstück und wie ich das mache, ist halt hier Bemalung, erste Bemalung, Klobürste, also ich bemale groß, also zweimal zwei Meter Stoff und je nach Thema, ich nenne das so ein bisschen Fabric Telling, nicht Storytelling, Fabric Telling und dann wird der Stoff geschnitten und dann, je nach Thema, was ich mir ausgedacht habe, die erste Kollektion ist ja dem NFT Space gewidmet und heißt Pop und deswegen ist sie halt auch sehr poppig. es sind NFTs drauf, wo ich natürlich die IP Rights habe, die habe ich mitverwendet und dann werden die nochmal veredelt, also mit verschiedenen Techniken, Farbtechniken, also je nachdem, was mir dann gerade einfällt, was noch auf die Tasche kommt, wird dann die Tasche finalisiert und dann kommt die erst zur Näherin und auch zum Beispiel der Shoulderstrap, das ist auch von einer ganz süßen Mädel, die das dann wirklich mit so Korts ab Farb abgestimmt auch wirklich daraufhin dann flechtet und also es ist halt jedes Stück wirklich ein Einzelstück und ja, das ist, ja, das bringt mein Herz zum Lachen, also in jedem Fall, wenn ich das sehe, dann denke ich so, oh, ist das schön. Ja, auf jeden Fall, wie du es schon sagst, man merkt es auch bei dir, dass es dein Herzensprojekt jetzt ist und wenn man überlegt, Unique ist jetzt so eine Sache gewesen, die hast du 20 Jahre in der Schublade und jetzt passt es wie die Faust aufs Auge mit Unique bei NFTs, ist wirklich eine witzige Fügung, das ist ja das, was ich sage, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied und ja, es passt einfach wirklich super jetzt in deine Storytelling, wie du es gerade gesagt hattest, denn um auf das Projekt jetzt einzukommen, wie gesagt, wir launchen das Ganze jetzt zusammen bald und es wird zum 50. Geburtstag, um das schon mal vorwegzunehmen, wird es 50 NFTs geben, jetzt mit dem Countdown von 555 Stunden und du kannst ja mal gerne so sagen, was so deine Ideen sind, wie das Projekt aufgezogen werden soll, was jetzt wie gesagt neben dem Countdown, neben den 50 NFTs, die jetzt dann kommen werden, was in diesem Projekt dann alles mit inbegriffen ist. Ja, also die Idee war ja, ist ja quasi hier im Team entstanden, aber die Idee 50 NFTs zum 50. Geburtstag fand ich sehr smart, muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen und die Genesis Collection beinhaltet ja zehn Taschen, das ist ja noch nicht viel, aber man muss dazu sagen, ich habe das mal ausgerechnet, so 10, 13 Stunden pro Tasche braucht man, also und da ist noch viel mehr Zeit draufgegangen eigentlich, aber ich sage jetzt mal so, oh, dass man mal eine Richtung hatte, man ist ewig dran, weil dann machst du eine Lage und dann muss das wieder trocknen, dann nochmal drauf und nochmal drauf, ja und deswegen haben wir uns ja dann ausgeklügelt, haben gesagt, okay, das wäre ja schade, wenn jetzt wirklich nur zehn Leute oder zehn Frauen oder zehn, egal, wer die Tasche haben möchte, in diesen Genuss kommen. Und auch Teil deiner Community sind, so in dem Sinne. Ja, so dieses Community Building und ja, ich habe ja jetzt auch noch nicht die riesen Mega Community, das muss man ja dazu sagen, das sind ja die meisten Künstler, die im Space sind, was fehlt, ist immer Community und man möchte das ja so gerne raustragen und sagen, guck doch mal, wie toll das ist oder es wird doch jemand sein, den das gefällt. Also es ist jetzt vielleicht auch nicht jedermanns Geschmack, aber es wird, es ist sehr poppig, sehr bunt, aber es ist ja diese Geschichte, die können ja demnächst auch wieder anders aussehen und wenn man da eine kleine, starke Community hat, die einen supportet, weil das ist ja das, was ich brauche. Also über die letzten, über den letzten Jahr war ich ja immer so ein bisschen Alleingänger und man musste sich auch irgendwie so durchhangeln und deswegen haben wir gesagt, ja, es ist auch ein bisschen wirtschaftlicher, sage ich jetzt mal, wenn wir das NFT so rausbringen, weil pro Tasche, der Preis ist ja schon so um die 999 Dollar. Also an der Fertigung jetzt deine Taschen, ne? Also die werden so zum Verkauf angeboten, weil es einfach gar nicht drunter geht, aber wir haben auch sehr viele hochwertige Materialien mit am Start und sehr viel Liebe mit drin und sehr viel Zeit und so haben wir gesagt, es ist ja auch interessant, wenn man sagt, jeder Fünfte hat so eine Rarity dabei, das ist auch ein bisschen spannend, wir lieben ja ein bisschen die Gamifizierung auch im Space, zu sagen, wer kriegt denn jetzt eine physische Tasche? Wir machen ja das NFT als Video und ja, da wird man jeweils die, die wird man ja noch nicht sehen, aber dann zum Schluss, wenn es revealed ist, welche Tasche man bekommt oder ob man sogar die physische bekommt. Ja, genau. Also deswegen aus dem Grund, um das nochmal so zusammenzufassen, die 50 NFTs zur Ankündigung des 50. Geburtstags, jetzt mit dem Counter und 555 Stunden die genauen Sachen werdet ihr natürlich jetzt im Discord, den wir jetzt auch mit dir zusammen eröffnen, im All-in-NFT-Discord, wo du jetzt deine eigene, deine eigene Rubrik, deine eigenen Channels kriegst mit Ankündigungen und Text, wo du jetzt die Möglichkeit hast, da Begeisterte, die sich jetzt in dem Chat mit dir, mit der Community austauschen können. Man kann überlegen, langfristig einen Token-Gated-Zugang machen, wenn zum Beispiel du, und was ich ja auch verstehen kann, teilweise, wie du es gerade gesagt hast, wenn zum Beispiel einen großen Frauenkreis möchten, dass du sagst, du hast einen Woman-Token-Gated-Zugang, das kann man ja auch in dem Sinne einführen, also alles Ideen, die einfach damit mit der Tokenisierung, mit der Blockchain möglich sind, auch was die Transparenz nachher von den Sachen angeht, wo die hergestellt wurden, all das bietet ja die Blockchain und deswegen finde ich das Projekt von dir einfach so super und freue mich, dass wir das langfristig angehen und jetzt quasi den Lauensteiner Genesis Collection, denn wie du es gerade schon gesagt hast, das soll der Start sein und da wird noch in Zukunft mehr kommen, wo die Holder dann natürlich auch belohnt werden, wo jetzt fünf, also jeder fünfte beziehungsweise dann zehn glückliche eine physische Tasche erhalten werden, die auch noch was Besonderes haben, denn du bist, wie man es gerade gehört hat, nicht nur einfach so jetzt mal in den NFT-Space getappt, sondern unterwegs ja schon seit Längerem und befestigt, also die Technologie ist eine Sache, die dich auch wirklich beschäftigt und du dich für interessierst und deswegen werden in die Taschen auch, wie man es bei anderen guten Projekten, vor allem aus den Staaten aktuell sieht, die ja sowas machen, auch noch was zusätzlich beinhalten. Genau, inspiriert von 9DCC habe ich mir gedacht, okay, das kann ich auch. Also war mir auch wichtig, dass da recht so ein NFC-Tag drauf ist und dass man dann auch checken kann, direkt mit Mobile drüber swipen kann und direkt auf die Seite gelinkt wird, wo man die Original-Tasche sieht. Ganz wichtig, auch gerade, auch später jetzt in der Fashion wird es ja immer wichtiger zu sagen, habe ich jetzt das Original und ja, man kann dann auch echt coole Sachen machen. Die haben wir jetzt mit den Shirts gemacht, da kam es mit den Shirts noch auf die Party. Bei mir kommt man vielleicht nur mit der Tasche auf die Party, aber es sollen ja auch andere Sachen kommen. Deswegen habe ich am Anfang gesagt Fashion Label. Wir haben jetzt mit Denim angefangen. Ich habe noch im Kopf, also veganes Leder, Kaktus, Ananas-Leder bemaltes oder andere Fashion-Items wie Hoodies, Heads oder Shirts. Also das, die Ideen gehen nicht aus bei mir. Nee, das ist ja das Schöne, ich glaube, dass deine Kreativität jetzt einfach mit dem Web3-Space, vielleicht hat es darauf gewartet, einfach jetzt auch mit dem passenden Alter, dass es einfach jetzt deine Zeit ist, jetzt die Zeit. Das ist ja das Schöne, in diesem Web3, diese Technologie zu verbinden mit Kreativität, weil so viel möglich ist und deswegen freue ich mich einfach auf diesen Start und jetzt auch mit deiner Lebensgeschichte einfach, dass wir das zusammen angehen und auch langfristig dann wahrscheinlich sogar dann auch da in Zukunft was machen werden, neben dieser Genesis Collection jetzt die, ja wie gesagt, die Daten dann in Zukunft alles nochmal angekündigt werden im Discord. Wie gesagt, wer das jetzt sich dafür interessiert und auch langfristig mit dir austauschen möchte, neben deinen eigenen Social Media Accounts, wird jetzt im Discord bei uns sich damit austauschen können, wo man dann alle Announcements und Links zu findet. Deswegen da gerne einmal kommen. Wir werden jetzt das so machen, dass wir jetzt bis zu diesem Zeitraum regelmäßige Calls mit dir machen im Discord, dass du da für die Leute ansprechbar bist, die einfach nochmal Nachfragen haben zum Projekt, die sich mit dir austauschen wollen und du hast ja auch Content, wie du die Taschen erstellst, Background und so und was dann auch in Zukunft langfristig kommen soll, dass du auch Leuten möglicherweise hilfst, die auch vielleicht diesen Einstieg haben in diese Fashion-Geschichte, das Netzwerk, was du halt hast, all das, diese Token, die dazu dienen sollen und das finde ich einfach ist eine coole Sache, warum ich dann auch, wie vielleicht jetzt auch viele anderen, einfach begeistert von diesem Projekt sind und freue mich da einfach auf eine richtig, richtig schöne Zusammenarbeit. Du kannst ja noch ganz kurz sagen, um was für Token es sich handelt, was für eine Blockchain wir benutzen und dann würde ich sagen, ja, alles Weitere wird dann in Zukunft im Discord und in den nächsten Tagen bis zum Mint-Drop kommen. Ja, also geplant ist das auf der Ethereum-Plattform, geplant ist das auf der Ethereum-Plattform ERC721 und ja, weil ich das gut finde, ich glaube, der ist gut dafür ausgelegt, um einzigartige, auch so One-and-Ones zu machen, deswegen soll das auch weiterhin so bleiben. Wer weiß, was die Zukunft noch bringt, es kommen ja immer neue Sachen raus, aber das ist im Moment mein Fokus und ja, ich möchte noch mal hinsichtlich der Community sagen, also vielen Dank, dass ich auch hier in dem Podcast und im Video-Podcast sein kann und möchte mal auch alle hier motivieren, also nicht nur Frauen, sondern es werden bestimmt auch ein paar Männer-Sachen kommen oder die, ich weiß nicht, es gibt ja so viele unique Persons outside und ich wollte noch mal sagen, ja, never forget, you are unique, ganz wichtig, im Endeffekt können wir nur, kann ich nur mit meinen Sachen die Unikheit unterstreichen und deswegen soll man auch nicht vergessen, dass jeder einzigartig ist, also du, ich, jeder hat sein Talent und ja, da sollte man drauf Wert legen und deswegen ist mir das so wichtig und freue mich, neue Leute kennenzulernen, die das Projekt echt gut finden und ja, noch viele kreative Sachen, also ich werde auf jeden Fall Sachen zeigen, wie ich das gemacht habe, ich habe eine Menge Videos aufgenommen, ich wollte noch sagen, mein Vater ist 87, der hat kräftig mitgemacht. Also wer dann in Zukunft wissen möchte, was dann dein Papa dann in Zukunft damit noch zu tun hat oder allgemein mit dem Projekt, wie er eingebunden ist mit 87, der sollte dann in Discord kommen und kann sich dann da in Zukunft dann da nochmal mit dir austauschen, informieren lassen, das ist ja das Schöne, dass wir dann auch einige Sachen auf jeden Fall in Zukunft parat haben. Ja, alles Weitere wird dann in den Social Accounts von AllInNFT und natürlich auch im Discord kommen und natürlich auch deine und was ich noch abschließend gerne sagen möchte, ist, das, was du ja gerade so interessant gesagt hattest mit der Community, mit dem Wachsen, was ich auch für einen schönen Gedanken habe, ist ja auch so, wenn ich jetzt mit vielen aus der Community oder allgemeinem NFT Space austausche, so, wie du es ja gerade schon gesagt hast, wir haben sehr, sehr viele Männer, weil es auch oftmals einen finanziellen Background oder so mit hat, was sich auch hoffentlich langfristig ändern wird, aber das wäre jetzt eigentlich so das passende Geschenk von den Männern für die Frau, um sie in die NFT Welt zu bringen, um zu sagen, siehst du, es gibt auch was für Frauen, hier deine digitale Handtasche und jetzt bist du dabei und jetzt kannst du dich mit mir zusammen tagtäglich im NFT Space aufhalten, beschäftigen und zusammen im Discord sein. Du gehst zu Bibi im Chat, ich gehe rüber zu 7Art und schaue mal, was die neue Kunstplattform macht und dementsprechend finde ich eine ganz coole Story. Bibi, ich danke dir, ich freue mich wirklich mega darauf, auf die nächsten Tage, auf die nächsten Wochen bis zum ersten Launch und wie gesagt, ihr alle findet die Shownotes, die Links dazu in der Podcast Beschreibung und in Zukunft werdet ihr natürlich im Discord und in den Socials alles weitere zu Bibi, zu dem Projekt, wenn ihr Fragen haben, erfahren, wir werden jetzt regelmäßige Calls machen, wahrscheinlich einmal die Woche oder in gewissen Abständen, wo Bibi immer mal kurz da ist, euch Rede und Antwort ist und da dann auch mit euch zusammen, mit der Community den ganzen weiteren Weg planen. Bibi, du hast natürlich die letzten Worte, die bleiben dir, damit wir das Ganze jetzt hier auch schön rund machen. LFG, let the fuck go, sorry, ich muss das sagen und color your life und seid motiviert, irgendwas zu tun und kommt in Discord und lasst uns austauschen. Ich freue mich super auf euch. Danke. Ich mich auch. Ich mich auch. Danke dir, Bibi und ihr wisst Bescheid, schaltet dann das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt All in NFT.